Auch immer wieder ein schöner und interessanter Anblick. Rosenbauer Feuerwehrtrucks auf dem Straßenmarsch. Und wenn man sich die Logos an der Seite ausschaut, dann geht es wohl für diese Trucks nach der Autobahn aufs Schiff und dann weiter nach Australien. Vier am Stück. Das sieht man so auch nicht alle Tage und vor allem nicht alle Tage auf der Fahrt nach Australien. Vier am Stück. 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 Vier am Stück.